Gold ist angeblich vollkommen nutzlos. Die Goldproduktion zerstört die Umwelt und wer Gold kauft, der ist entweder ein Nazi oder ein Trottel, zumindest sinngemäß. Im schlimmsten Fall ist er sogar beides. Das schreibt zumindest die Zeit und darum sollte Gold jetzt doch endlich mal verboten werden. Aber kann man das wirklich so stehen lassen? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Gold in die Tonne mit dem nutzlosen Zeug, so heißt der Artikel, der in der Zeit erschienen ist. Verfasst von Marc Schieritz. Es ist ein Plädoyer dafür, dass Goldbarren und Goldmünzen jetzt doch endlich mal verboten werden. Schmuck sollte noch erlaubt sein, seiner Meinung nach, aber Gold zur Geldanlage, das sollte man abschaffen. Die Welt habe schon genug Probleme. Gold habe eben keinerlei Nutzwert. Die Goldproduktion zerstört die Umwelt. Gold wirft schlechte Renditen ab. Und der Besitz von Gold wird ja sowieso nur propagiert von einer rechtskonservativen Goldszene, die Geschäfte machen will mit der Angst der Menschen. Damit sei Gold sozusagen das Investment des Reichsbürgers oder der Reichsbürger unter den Investments noch besser. Es gab da natürlich einen Aufschrei, wütende Kommentare und der Autor kann da noch dankbar sein, dass er bei der Zeit ist, meiner Meinung nach. Dadurch ist ihm vielleicht das eine oder andere noch erspart geblieben, weil ein echter Goldfanatiker liest so ein Schundblatt wie die Zeit natürlich nicht. Ich sehe den Artikel aber nicht so negativ wie viele andere. Ich fand ihn ganz interessant. Ist mal was anderes. Ist auch eine Diskussionsgrundlage. War natürlich provokant geschrieben. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Forderung nach einem Goldverbot, dass das zu 100% ernst zu nehmen war. Und es ist damit jetzt auch keine Medienkampagne gestartet worden oder sowas, die uns jetzt auf ein Goldverbot vorbereiten soll oder dergleichen. Wobei Goldverbote natürlich jetzt auch kein Hirngespinst sind. Es hat sie reichlich gegeben, gerade auch im letzten Jahrhundert. Ich habe hier ja auch zum Beispiel mal ein Video gemacht zum Goldverbot in den USA im Jahr 1933, weil der auch besonders aufschlussreich war. Es war ja die Zeit der goldgedeckten Währungen, paradoxerweise aber auch gleichzeitig die Zeit der Goldverbote. Sie können es sich ja mal ansehen. Man kann stark vereinfacht sagen, die Goldverbote sind immer dann gekommen, wenn die Regierungen die Golddeckung nicht mehr durchgehalten haben. Und wenn sich sowas erstmal abzeichnet bei den Leuten, dann haben natürlich die Notenbanken da ein Problem. Inzwischen sind die goldgedeckten Währungen weg und die Bedeutung von Gold im Währungssystem, die ist stark zurückgegangen. Ob die Bedeutung von Gold jetzt insgesamt auch zurückgegangen ist, das ist eine andere Frage. 1971, als das Bretton Woods System dann zusammengebrochen ist, da war der fixierte Goldpreis bei 35 Dollar je Unze. Heute ist er bei 1900 Dollar und das auch nicht ohne Grund. Und damit ist ein Argument aus diesen Zeitartikeln natürlich schon mal entkräftet, nämlich Gold war natürlich eine gute Wertanlage. Es gab andere Geldanlagen, die vielleicht noch besser waren, kommt ja auch immer darauf an, in welchem Zeitraum hat man es verglichen. Es waren auch fast alle Geldanlagen gut in den letzten 40 Jahren, weil ja gleichzeitig die Zinsen deutlich runtergegangen sind. Aber Gold war ohne Zweifel, obwohl es ja nicht arbeitet für uns und keine Dividenden ausschüttet, ein gutes Investment. Bevor wir jetzt die anderen Argumente alle durchgehen aus dem Artikel, ganz kurz noch mal ein Rückgriff auf mein letztes Video zu Öl und Ölaktien. Mich hat überrascht, dass es so viele Zugriffe gab und so viele Kommentare. Vielen Dank schon mal dafür. Ich danke Ihnen herzlich. Und was ich auch gesehen habe in den Kommentaren, das war, dass es auch immer noch ein großes Interesse gibt an russischen Ölaktien und auch an Gazprom zum Beispiel. Und darum geht es in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report, diesmal speziell um Gazprom. Wir haben ja auf der einen Seite da das Problem bei Gazprom Nord Stream 2 und auch die gefallenen Gaspreise. Auf der anderen Seite haben wir aber immense Gasreserven und wir haben das neue China-Geschäft auch. Das werten wir jetzt alles noch mal ein und die Zukunftsmärkte-Reports sind natürlich gratis. Sie müssen sich dafür noch einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Kriegen Sie dann immer unsere Gratis-Analysen. Nutzen Sie das. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Gut, das nächste Argument aus diesem Artikel, das ist das mit dieser rechten Goldszene. Es ist schon hart, wenn man Goldanleger und Goldbefürworter so pauschal verunglimpft, als rechts. Das ist ja für einen Zeitredakteur kein Lob. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Szene mal anschaut, vor allem so ein bisschen die Internet-Goldszene, man versteht teilweise schon ein bisschen, was er meint. Also diese Goldszene ist in Teilen auch, ich sag mal, exotisch, ist manchmal schrill. Es gibt extreme Positionen, es werden Ängste geschürt, es gibt apokalyptische Szenarien. Und von daher, es gibt auch eine Schnittmenge zwischen Goldfans und Menschen, die politisch rechts stehen. Würde ich einräumen. Es heißt aber natürlich nicht, dass jeder Goldfan irgendwie rechtsextrem ist oder so. Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind wirklich ein harter Verschwörungstheoretiker. Sie gehen zum Beispiel davon aus, es gibt da draußen eine Elite, die will mutwillig und bösartig unseren Wohlstand zerstören, unsere Zivilisation, wie auch immer. Wenn Sie das zu Ende denken, was das für Sie persönlich bedeutet, dann landen Sie irgendwann wahrscheinlich natürlich auch mal bei Gold. Aber das heißt ja noch lang nicht, dass es bei allen Goldfans mental so gelaufen ist. Kann bei denen ja auch ganz andere Gründe haben. Und die haben sich dann vielleicht mit Gold ganz rational beschäftigt. Wenn Sie heute auf so eine Goldmesse gehen oder auf so eine Rohstoffmesse, Sie treffen da ein ganz bestimmtes Milieu. Ältere, weiße, wütende Männer, würde man sagen. Bin ich übrigens auch langsam, ich komme auch langsam in das Alter, wo das auf mich zutrifft. Und ich merke auch schon, wie ich immer wütender werde über verschiedene Dinge. Liegt aber natürlich nicht an mir, das liegt an den anderen und am Weltgeschehen sozusagen. Aber wie auch immer. Also auf so einer Messe, man trifft da ein Milieu. Das hat natürlich seine eigenen Themen. Die reden da wahrscheinlich nicht über Gendergerechtigkeit und tauschen jetzt auch keine veganen Rezepte aus oder sowas. Die sind ein bisschen bodenständiger. Aber auf der anderen Seite, da wird jetzt auch nicht den ganzen Tag darüber diskutiert, ob die Erde flach ist oder ob sie rund ist oder ob Angela Merkel ein Reptiloid ist. Und also so ist es wirklich nicht. Und ich habe umgekehrt auch noch nie von einer Demo von Rechtsextremen gehört, die jetzt gegen die Besteuerung von Xetragold demonstrieren oder sowas. Aber erstens, die Generation, das sind auch die Leute, die man gleichzeitig auf allen anderen Anlegermessen auch sieht. Und warum ist es so? Ältere Menschen haben eben auch mehr Zeit für ihre Geldanlage. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Sie haben oft auch mehr Geld. Es ist eine Generation, die auch schon was erreicht hat im Leben. Die will das Erreichte aber natürlich auch bewahren. In unsicheren Zeiten. Was ja völlig legitim ist. Und es sind Leute, die auch schon ein bisschen was erlebt haben als Anleger. Und nicht so wie vielleicht junge Investoren, die nichts anderes kennen als den permanenten Bullenmarkt seit der Finanzkrise. Das sind also unsere Goldkäufer. Die wollen Werte bewahren. Die machen sich Gedanken. Die machen sich teilweise auch Sorgen. Aber wer will es ihnen auch verdenken. Und wenn wir uns die Krisen ansehen aktuell und die Politik der Notenbanken und die steigende Staatsverschuldung überall, da kann durchaus jeder Goldfan und wenn er noch so verbohrt ist, immer noch irgendwo mit Fug und Recht von sich sagen, der Verrückte bin doch nicht ich. Das Verrückte ist doch die Welt da draußen. Und wir wissen ja auch alle nicht, wie das Ganze alles mal ausgeht. Und eins muss man auch mal sagen zu der Goldszene. Vor 15 Jahren, da hat sich kein Privatanleger Gedanken gemacht über so Dinge wie zum Beispiel Notenbanken oder über Geldschöpfung oder überhaupt auch das Wesen von Geld. Das ist heute völlig anders. Und dass es so ist, das verdanken wir der Finanzkrise zum einen natürlich. Aber wir verdanken es auch in einem sehr hohen Maße eben dieser Goldszene. Weil die hat da den Finger viel stärker in die Wunde gelegt als die übrige Finanzbranche. Das darf man auch nicht vergessen. Und damit sind wir auch schon beim Wert. Der Wert von Geld und Gold. Der Zeitautor schreibt, Gold ist das vielleicht nutzloseste Metall der Welt. Weil man kann es nicht essen, man kann damit kein Dach abdichten, man kann keine Brücke bauen, also man kann nichts machen damit. Und er hat damit völlig recht. Gold sieht hübsch aus, aber es ist völlig nutzlos. Nur, das war es vor 6000 Jahren auch schon. Gold ist nutzlos seit 6000 Jahren, aber es war trotzdem immer wertvoll. Und das zog sich ja durch. Auch Imperien sind zerfallen, Währungen sind gekommen und gegangen. Und in diesen tausenden von Jahren, da ist ja wirklich alles mal zerstört worden und umgewälzt worden oder auch vergessen worden. Aber erstaunlicherweise, der Wert von Gold, der war immer da. Und auch wenn man kein Gold-Fan ist jetzt, dann muss man das schon anerkennen. Es ist ein Faszinosum, es ist auch wirklich eins der großen Phänomene in der Menschheitsgeschichte. Dieser einzigartige Nimbus von Gold, auch ja über Kulturgrenzen hinweg. Also unsere Kultur war anders als die arabische Kultur und die waren anders als die Chinesen oder die Inder. Aber Gold hat überall eine hohe Rolle gespielt und spielt auch überall eine hohe Rolle. Und eins kann man schon mal sagen, ein Araber, der heute Gold kauft, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Reichsbürger. Und damit ist aber natürlich auch der Wert von Gold nur eine Konvention. Es ist eine gesellschaftliche Übereinkunft. Aber das ist ja mit allen Dingen so. Tulpenzwiebeln, Bitcoin, der Euro, ihr Grundbucheintrag. Wo drin steht, das Haus gehört Ihnen und nicht Ihrem Nachbarn. Das sind alles Konventionen, darauf hat man sich gesellschaftlich geeinigt und die halten, solange sie eben halten. Und der Konsens über den Wert von Gold, der ist auch nicht unumstritten, wie wir ja gerade sehen. Aber er ist eben schon sehr alt und man könnte auch sagen, er ist irgendwo universal. Man kann Gold vielleicht seinen Nutzen absprechen, aber nicht seinen Wert. Und auch die Griechen und Römer früher, die haben ja auch schon gewusst, dass es andere Dinge gibt, wo der konkrete Nutzwert jetzt höher ist. Wenn man denen ein Pferd angeboten hat stattdessen oder einen Sklaven, dann haben die das auch genommen. Ein Pferd und ein Sklave, der arbeitet für mich, das tut Gold nicht. Aber Sklaven hat man dann aber vielleicht schon genug, von Gold hat man nie genug. Und man weiß ja auch, dass man sich für sein Gold jederzeit wieder einen Sklaven kaufen kann, wenn man einen braucht, zum entsprechenden Marktpreis dann natürlich. Und das ist eben der Punkt. Es ging schon immer um den anerkannten Wert bei Gold. Es ging nie um den Nutzen. Aber der letzte Punkt in dem Artikel, die Umweltzerstörung, das ist ein heikler Punkt, weil der trifft, glaube ich, zu. Gold hat eine Ökobilanz, die nicht allzu gut ist. Ich wühle mich ja auch immer mit Begeisterung durch die Geschäftsberichte und die Präsentation von den Goldunternehmen. Da zeigen sie immer, was sie alles für die Umwelt tun. Aber man weiß leider schon, ganz so toll ist das ganze Geschäft ja nicht. Die Faustformel ist immer, für ein paar Eheringe muss man 20 Tonnen Gestein durcharbeiten. Und da braucht man dann schon Gestein mit einem hohen Goldgehalt. Und man kann das Gold auch nicht einfach rausschütteln aus den Steinen und die dann wieder schön hin drapieren und alles ist wieder in Ordnung. So ist es eben nicht. Am schlimmsten sind kleine, illegale Goldunternehmen, wie wir es in Südamerika noch oft haben, wo das Gold dann einfach mit Quecksilber ausgewaschen wird und dann ist die ganze Gegend verseucht. Aber auch große, moderne Goldminen sind Chemiefabriken. Es ist nicht so, dass man das alles einfach in Rüttler schmeißt und unten kommt Gold raus. Das ist bei D-Max so vielleicht. Bei diesen dicken, bärtigen Männern, die Goldschürfen in Alaska, da die Landschaft verwüsten, bis dann wieder die Wasserpumpe kaputt geht. Ich bin an den Sendungen auch immer wieder mal hängen geblieben bei diesen Goldschürfern. Das ist wie bei einem schlimmen Unfall. Man kann da nicht mal wegschauen. Aber große Goldfirmen, das sind Chemiefirmen. Und auch wenn die das verantwortungsbewusst machen, es bleiben immer Risiken und zu einem Überfluss. Man hat auf jeden Fall die Landschaftszerstörung noch. Es hat schon seinen Grund, dass die meisten Bergwerke eben in den Schwellenländern sind oder aber in den USA und Kanada, in den legenderen Regionen. Da sind natürlich die Vorkommen erstens. Aber man kann sowas da auch durchsetzen. Wenn man bei uns jetzt sagen würde, hier am Schwarzwald, in dem Berg da, da sind da noch Silbervorkommen. Den sprengen wir jetzt mal weg und dann wird er zerbröselt und dann waschen wir alles mit Cyanid aus. Das wäre hier bei uns undenkbar. Aber anderswo ist es eben Gang und Gebe. Und das ist etwas, das sollte man schon im Hinterkopf haben, wenn man Gold kauft. Sei es jetzt als Schmuck oder sei es als Geldanlage. Gold hat einen ökologischen Preis. Da hat die Zeit leider recht. Aber das sind ungeachtet. Also diese Forderung, dass wir jetzt ein Goldverbot brauchen oder auch die Aussage, dass Gold unnütz ist, die unterschreibe ich natürlich nicht. Ich habe in meinem letzten Video zwar gesagt, man soll sich jetzt nicht hinreißen lassen von dieser Gold-Euphorie, die wir gerade haben. Natürlich, die Rally läuft wunderbar. Ich denke aber schon, die Lage ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, wie das viele glauben, trotz der Notenbankenpolitik, die wir haben. Und ich finde es eben wichtig, dass die Anleger hier auch, die jetzt auf Kursgewinne hoffen mit Gold, dass die sich auch im Klaren darüber sind, dass die großen Marktteilnehmer Gold eben möglicherweise ein bisschen anders sehen, als sie selbst das sehen. Aber vielleicht sehen Sie Gold ja nochmal ganz anders, grundsätzlich anders, nämlich eben doch als Absicherung, als Krisenschutz, als Schutz vor bestimmten Szenarien, unter anderem eben das Szenario, dass am Ende die Notenbankenpolitik eben doch unangemessen sein wird angesichts der Entwicklungen, die da noch kommen werden, dass die dem langfristig dann eben doch nicht gerechtfertigt ist. Und das ist eine Sichtweise, die man auch haben sollte, meiner Meinung nach. Und unter dem Aspekt würde ich weiterhin auch empfehlen, dass man Gold kauft, sofern sie noch keins haben. Ich werde den Goldpreis natürlich weiter beobachten. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen Sie auch in Zukunft meine Videos zu Gold und zu anderen Edelmetallen und natürlich auch zu den ganzen anderen Themen, die wir hier behandeln. Und wenn Sie dabei dann auch noch die Glocke drücken, dann werden Sie sogar aber nachrichtigt, wenn ein neues Video zu dem Thema da ist. Und außerdem natürlich nicht vergessen, tragen Sie sich noch ein für die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports nächste Woche zum Thema Gazprom. Und dann habe ich noch einen Hinweis, einen letzten Hinweis für Sie. Es jagt wieder ein tolles Angebot von mir das nächste. Man hat mir gesagt, dass mein Kollege Sebastian Hell auch ein Video gemacht hat zu diesem Zeitartikel über Gold. Also exakt das gleiche Thema. Ich habe ihn mir noch nicht angesehen, weil die Gefahr, die war mir einfach zu groß, dass wenn ich das Video mehr ansehe, bevor ich mein eigenes Video mache, dass ich dann einfach nur noch das nachplapper, was der Sebastian gesagt hat. Das Problem ist nämlich, der Sebastian hat so gut wie immer recht. Aber jetzt, wo mein eigenes Video im Kasten ist, da werde ich mal sofort seins ansehen und ich bin auch schon sehr gespannt, muss ich sagen. Ich werde es also selbst auch mal Video gucken und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Alles Gute Ihnen und vielen Dank wie immer fürs Zuschauen.